Ich grüße euch alle, die den Kanal schauen. Heute mache ich mit euch einen schönen Eintopf. Pflaumen-Komöse-Eintopf mit Bier. Hier habe ich Pflaumen, hier habe ich Paprika, Lauch habe ich hier, Möhren habe ich hier, rote Beete, eine habe ich schon geschnitten, Kartoffeln habe ich hier und Zwiebel habe ich hier und Bier. Dann machen wir das gemeinsam. Das wird euch gefallen. Ich werde den Kohlrabi weiter schneiden. Einen Kopf habe ich schon geschnitten, jetzt mache ich den zweiten Koks. Ich nehme immer auf dem schneidet Bierett eine Klarsichtsfolie, mache ich das hier rauf und dann schneide ich das hier vorsichtig rauf, damit das nicht so färbt. Und dann habe ich dann meine Bierett dann immer noch sauber. So, dann rote Beete habe ich. So, lasse ich in die Folie so beiseite und jetzt schneide ich das Siebel und so weiter und dann geht los, dann kochen wir das hier gemeinsam. Jetzt mache ich hier Rapsöl. Und dann machen wir die Zwiebel rein. So, haben wir die Zwiebel gratis gebracht und jetzt machen wir uns die Möhren rein. Und Kartoffeln rein. Und Rote Beete. Und dann werden wir die hier an die Schmerzen sitzen. So, das sind schon schön an die Schmerzen. Dann machen wir jetzt unsere Paprika rein. Dann machen wir darauf Bärlauchsalz abschmecken. Darauf. Dann machen wir Läubereblätter. Machen wir rein. Machen wir Muskatnuss. Muskatnuss. Habe ich hier. Hauptkopf. Muskatnuss. Rein. Dann habe ich hier gekörnte Gemüsebrühe ohne Geschmackverstärker. Machen wir auch hier. so ein bisschen rein. Dann rühren wir das Ganze zusammen. Jetzt machen wir hier Knoblauch. Zwei Stück Knoblauch. Reisen wir auch auf. So, haben wir. Dann werden sie nochmal so schön gebraten. Und wir machen darauf zwei Esslöffel Mehl. Einmal. Zweimal. Und dann. Wenn wir das mal schön anrösten. So haben wir unsere Gemüse und mir angeröstet ungefähr so eine Minute. Jetzt machen wir unseren Lauch rein. Und dann nochmal schön mischen zusammen. Das ist schon ganz schön. Und jetzt kommt da rein Bier. Kommt da in die Marke, die ihr wollt. Ich mache keine Werbung. Schönes Bier. Und dann wird mit Bier abgeröst. Wow. Und dann. Eieiei. Das suftet so schön. Und noch Wasser dazu. Und lasse ich das jetzt einmal auf. Das kocht jetzt auf. Und danach mache ich die Pflaumen rein. So, nach zehn Minuten Kochzeit. Jetzt mache ich die Pflaumen rein. Ich habe hier so viele Pflaumen ab. Im Kern auch. Kommen wir rein, meine Lieben. Wow. Und dann die Hitze runter schalten. Nur ziehen lassen. Und dann kommt so viel Petersilie. Hacke ich das klein und kommt nachher die Petersilie rein. Das sieht so gut aus. Und wird das so gut schmecken. Nebenbei wollte ich euch zeigen, habe ich auch einen Pflaumenkuchen. Okay. Wir backen auch von dem Pflaumen. Aber wollte ich jetzt mal keine Pflaumenkuchen zeigen, weil es gibt so viele Rezepte. Wollte ich die Eintopf, die wir immer jedes Jahr so machen für uns von Pflaumen. So, die Eintopf ist schon fertig. Mache ich die Petersilie rein. Dann probiere ich. Und dann habe ich fertig. Das probiert. Hat schöne Farbe. Wow. Fehlt gar nichts mehr. Schmeckt fantastisch. Das könnte so wie die machen. Ganz toll. So meine Lieben. Das war meine Eintopf für euch. Ich hoffe es gefällt euch. Und so sieht es aus wenn das fertig ist. Im Teller. Guckt euch das an. Total lecker. Total schön. Es wird mich sehr freuen, dass es euch gefallen hat. Dieser Eintopf mit Pflaumen. Und ich freue mich auf das nächste Video. Und lasse es euch schmecken. Alles Gute. Danke. Bis dann.